...pipulinski bittet um die Vorstellung der beiden Kämpfer. In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm Kadetten über dreimal zwei Minuten stehen sich gegenüber Rote Ecke für Appeldorn Hendrik van der Vaart. Airbox gegen unseren Ali Chen Koc. Ringfrei Runde 1 Komm Ali, komm! Ringfrei Runde 1 Komm Ali, 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 Ali. Runde 1 Runde 2 Auf Wiedersehen. Omar 취b! Eli Gubeig dann! Stopp! Box! Stopp! Box! Schön! Anni, 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 Anni! Pass, Anni! Henrik von der Fahrer ist 14 Jahre alt und geht noch zur Schule. Er ist zweipacher holländischer Meister und bestritt bisher 13 Kämpfe. Betreut wird der Hendrik von Dicho-Martins und Henni van Bennen. Rindfrei Runde 2 Aus der Baie runter Hohe-Lizion Gummizale Ali 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 Ami! 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 Obersetai! Aufwärts! Wiesi. Wajta, wajta! Wiesi. 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 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21. Wilhelm Fliehner Realschule. Er ist der Amt hier in der Rhein-Ruhr. Wuppermeister bestritt bisher 13 Kämpfe. Betreut wird er von Tim und Uwe und der Hände. Ringfrei, Runde 3. 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 Nogst, noch ein, der Knochen. Ah, 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 ah! Ja! Nogst, nogst, nogst! 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 Meine Damen und Herren, kommen wir zur Urteilsverkündigung. Sieger nach Punkten wurde der Box aus der roten Ecke, Hendrik van der Vaart. Ich bitte Mehmet Demir.